EASY GO Versteckt er sich die ganze Zeit mal? Das hilft mir auch nicht viel Ja stimmt, ist schon asozial, sag ich zwar Er kann doch das jetzt offiziell meine 23er Strähne wendet, ja Oh, hat er direkt dicke Muni ey Nice Erik Alter, dicke Muni-Typ Hab immer dicke Muni in der Hose Das auf jeden Fall Jo, was ist das denn für schnelles Game, Jungs? Spooky ist das Sorry Fettfinger, Junge, richtig mit dem Ding Daumen Wir können ja nicht einmal getroffen Nicht mit mir, leider Alter, wieder dicke Muni Keine Reserven mehr Oh, das zwiggert mich richtig Oh, ich hab Kill mitbekommen Jungs, hast du mir so gegeben Bei mir wird angezeigt, dass du Power Level 10 hast Der wurde bei mir vorhin auch Das ist bei nem Gegner Frech, ne? Ja, richtig frech Oh, mein Killmann Ich komm nicht ran ey, schwer ist so belassen Alter, von beiden Seiten Gebaitet Eieiei, Krabs riecht gut mit dem Robo Level 10 Das Ding ist, gegen euch kann man nicht viel machen Weil ihr seid nicht lost, aber die Gegner in den Lobbies, Junge Boah, stark ist Die sind teilweise richtig down Ich dachte auch nicht Teilweise sind Raffen die halt echt nicht Ah, was ist das denn für ne Waffe, die du da hast Erik, wir müssen noch weggehen Ey, das ist ne Pistole Das ist ne hammerstarke Pistole Pistolen sind irgendwie Hammer überbaut im Spiel Zehn Sekunden Wir haben Lebenshotel Wir haben Lebenshotel Uff Du bist der letzte Hüge Der Gegner hat dich zu Oh, da kommt dicke Muni Ich krieg's kotzen, Mann Alter, richt mich das auf Oh Ja, was ist denn so geil Junge hasse ich die dicke Munition, Alter Fick mich, Mann Ist aber nur ne Raketenwert, weil er total überpowered ist Guck Muni, du dich doch Ey, ganz ruhig, ich wollt meine Ulti einsetzen Na Raffi holt sie wieder Ja, natürlich Lennart Auch frech Och, Mann Hä? Hä? Wat? Wieso? Nur noch eine Minute Blockt er mich erstmal wie so bekloppt da hin Oh shit Ja! Da geht Kay aus Alle je... Von Art Muni, Achtung Hätt ich noch ein Wurst gegeben, Junge Haha Na, schwer Muni Die wahre Bedeutung einer Flache 30 Sekunden Boah, ich konnte hier nicht mal mehr meine dicke Muni in die Fresse jagen 10 Sekunden Ich hab mich mal ein ganzer Körper bewegt, wie weiß ich... Ich hab mich mal ein ganzer Körper bewegt mit, womit ich hingehen soll, Alter Nimm mal zwei Bursts Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hammer, geil Ich geh mit der oberen Heeresleitung hier mal um Aua! Das war stark getroffen Stark, stark Da kommt Erik vor meine Linse genauf und klatscht mich weg von hier Scheißpistolen Erik wie... Wie heißt, äh... Schmugglerwort Nee, nee, Raffi, jetzt lass mich nicht treffen, du... Boah, Lennart läuft so viel, das ist doch scheiße, Mann Lennart kannst du beim Gewolver nicht treffen, weil der sich die ganze Zeit hin und her will Wie viel so... Ist so, ne? Das ist auch... Lennart macht das richtig gut, Alter Ja, richtig stark Du hast noch 30 Sekunden Na? Man hat seine Waffe geladen Was ist los? Die hat 5er Strähne Ruf Ja, der alte, Harry Da kommt noch ein Erik Der Pistol ist so bekloppt, ey Der Pistol ist einfach... 10 Sekunden Ah, dafür, dass es 2 gegen 3 ist, ist das Hammer ausgeglichen, ne? Ja, ich schon Oh, jetzt hat er wieder... Oh... Oh, das hat ja richtig Spaß, Alter Richtig schön Blade-Werfer oder so Oder gerade Hardware-Raketenwerfer Hey, ich bin... Auf der Seite Toll Och, Junge, ich... Meine Fress Bruder, mach doch nicht von hinten, hier Meine Mauszufindlichkeit ist minus 3, also... Ah, bin ich persönlich We name it Flickschlack Was? Was? Da steht er erst gefallen Ich hab ihn rasiert beim Schwert, Alter Ja, ich chill ja auch nicht im Sinne von Ich versteck mich an Wieso fall ich eigentlich immer wieder in den Tod? Nein! Ah! Ich hab dich mitgeworfen Was? Wieso, ich hab zweimal zugeschlagen, du? Doch, Rabbis! Ich weiß doch selber, wie oft ich dich zugeschlagen gehabt Ich bin zweimal zugeschlagen Lop! Natürlich will er alle drei auf einen Haufen, Alter Fuck, Mann Junge, es ist so'n Headlitch-Move, Alter Egal ob Sieg oder Niederlage Das ist das Ende Er ist schwere Munition Er ist schwere Munition Als ob er schwere Munition hat! Er ist schwere Munition, er ist schwere Munition Er ist schwere Munition Ja, drei Sekunden, das ist wieder verloren Ja komm, noch mehr Leute Er ist schwere Munition Aber irgendwie sind wir ab uns gut geschlagen Ja! Bacca, Bacca Als wäre er fein Ich würde jetzt zeigen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen bei der Ferne